Wir sind ein toller Sportverein und nicht umsonst, sage ich jetzt so mit einem Augenzwinkern, ist unser Slogan Teil der deutschen Nationalhymne, Herz und Hand für Pnollmann. Ist schon komisch das Gefühl. Ja, mein Name ist Tom Knoll, wohne hier in Pfostenwalde, spiele Fußball. Da bin ich drauf und einfach mal schön wirklich in die Linse. Geh mal noch ganz klein wie noch da. Ja, schön in die Linse, genau. Du da, ein bisschen ran. Ja, ganz rechts. Fischers Fritze, Fischte, Frische, Fische. Finde ich sehr gut. Können wir gleich nochmal abbrechen? Stell dich mal noch einen Schritt nach vorne, bitte. Nee, mehr nach rechts vorne. Ja, da so in die Ecke noch. Nee, ja, ja. Nee, noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück. Ruhig noch ein Stück, 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 Stück. Kann ruhig noch, kann ruhig noch. Ja, so weit gefällt mir besser. Ja, ruhig nochmal ein paar Sekunden. Ja, so ist schon schön. Ja, scheiße, war mein Fehler. War mein Fehler. Bei einer Temperatur von 10 Grad springt ein Gummiball natürlich nicht so gut wie bei 30 Grad. Trink ein Bierchen am Bierstand und auch immer ein Bierchen trinken kannst am Heiabend. Ich möchte mich bedanken bei der Stadt Fürstenwalde, die die materiellen Voraussetzungen für uns Sportlerinnen und Sportler schafft, sodass jeder seinem Hobby nachgehen kann. Ich bedanke mich bei den Eltern, die ihre Kinder zum Training fahren, die Trikots waschen und alles, was damit zusammengehört. Und nicht zuletzt bei den Sponsoren, die unsere kleinen und großen Sportler unterstützen, weil das einfach aus eigener Tasche nicht machbar wäre. Dankeschön.